Hallo und herzlich willkommen schon wieder zurück zum Glowcast. Jetzt gerade folgt eine Special-Folge der nächsten. Gestern hatten wir den Equal Pay Day. Heute mache ich nochmal eine kurze Folge zu den ganzen restlichen Fragen, die ihr mir auf Instagram in meinem Fragesticker gestellt habt. Da waren nämlich so viele Fragen dabei. Ich hatte ja schon letzte Woche zu der Thematik, weil das war die meistgefragteste Frage, kannst du mal so ein bisschen über deine Anfänge erzählen? Das habe ich gemacht letzte Woche und heute beantworte ich noch so viele Fragen, wie es nur überhaupt geht von all den anderen Menschen, die Dinge gefragt haben. Und ich fange an mit Larissa. Wie lerne ich leichter loszulassen, vor allem bei der Betreuung von Kleinkindern? Und ich glaube, das ist etwas, wo wir speziell als Mütter aufhören müssen, immer wieder so ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil das ist das, was ich ganz, ganz, ganz häufig höre von Frauen, die sagen, oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt schon wieder irgendwie ausgehe oder dass ich arbeiten gehe oder dass ich irgendwie meinem Hobby nachgehe, weil dann kann ich ja nicht 100 Prozent für meine Kinder da sein. Und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was, also da bin ich erst mal sehr dankbar für, dass ich gar nicht mir so ein schlechtes Gewissen mache und dass ich auch mir selber beigebracht habe, dass das für meine Kinder, ehrlich gesagt, voll, ja, eine okaye Sache ist, ja, dass ich, glaube ich, die beste Mama für meine Kinder sein kann, weil ich loslassen kann. Was eben so die, diese, also ich bin überhaupt nicht glücklich. Ich habe ja schon seitdem Noah auf der Welt ist, haben wir ein Au-pair-Mädchen gehabt, die hat gestartet, als Noah drei Monate alt war. Und ich habe sofort gesagt, so, ich möchte, dass mein Kind mit verschiedenen Menschen aufwächst. Also mir war das ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich finde das so wichtig, dass es macht uns ja in unserem Leben auch aus, dass wir uns immer wieder verschiedenen Situationen anpassen können und dass unsere Kinder eben auch lernen, dass nicht immer nur Mama oder dass immer nur Papa da sein muss, damit es ihnen gut geht. Und ich habe das Gefühl, dass also auch jetzt gerade, nachdem ich jetzt ein zweites Kind bekommen habe und ich auch da wieder merke, wie wunderbar das funktioniert, dass ich halt so mein Ding mache und dass ich arbeiten gehe und dass Levi halt einfach jetzt zum Beispiel auch ganz unkompliziert bei unserer Tagesmutter ist und dass das halt überhaupt gar kein Trennungsschmerz für sie ist, sondern dass es für sie ganz normal ist. Sie geht in die Kita und sagt Tschüss Mama und das hat Noah auch früher schon immer so gemacht. Und das bringe ich ihnen natürlich bei, indem ich halt auch loslasse. Und ja, vielleicht fällt das der einen oder anderen Person nicht so leicht, das Kind irgendwie an jemand anders zu übergeben. Und das ist vielleicht auch etwas, was man lernen nicht muss, aber kann. Ich glaube nur, dass es tut unseren Kindern überhaupt nicht gut. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sagen, wir sind ja alle unterschiedlich und auch alle Kinder sind unterschiedlich. Und ich glaube, am wichtigsten ist, man kann sich natürlich immer Inspiration von anderen Menschen, wie jetzt zum Beispiel mir, auch holen. Aber ich finde, am wichtigsten ist, Larissa, dass du deinen eigenen Weg findest. Dass wenn du nicht loslassen möchtest, wenn du sagst so, nee, ich möchte aber den ganzen Tag mit meinen Kindern zusammenbleiben, ich glaube, dann ist es genau das Richtige für dich. Und nicht zu denken, ach, weil die Miri das kann, muss ich das auch können. Ich glaube, das ist mir immer am aller, allerwichtigsten. Und ich würde zum Beispiel niemals irgendwie einer Mutter, also klar, wenn ich gefragt werde nach einem Tipp, gebe ich immer gerne einen Tipp und sage, wie ich es mache. Aber ich finde, es muss wirklich jeder komplett für sich selber rausfinden. Und dann gab es noch die Frage, wie sieht denn euer Setup aus mit eurer Familienmanagerin, mit eurem Au-pair und so weiter. Finde ich auch eine ganz, ganz schöne Frage, weil das hat natürlich auch, das Setup hat ganz viel damit zu tun, wie viel ich auch schaffe, für mich zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr Lieben, ohne Hilfe geht gar nichts. Also ich könnte never ever so eine Company wie Jacks Beauty Line aufbauen, wenn ich nicht so unfassbar viel Support hätte. Mein Mann Christian hat jahrelang auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Und in der Zeit war ich immer mit dem Au-pair-Mädchen zusammen, also auch unter der Woche. Ich habe mir das immer aufgeteilt. Ich habe dann das Au-pair-Mädchen wahrscheinlich meistens mit in die Stadt genommen, als ich noch zum Beispiel meinen Store hatte oder als ich bei L'Oreal Paris war. Dann habe ich das Au-pair-Mädchen mitgenommen. Die ist dann immer mit Noah irgendwie so um den Häuserblock laufen gegangen. Und zwischendurch habe ich dann gestillt oder habe dann irgendwie auch, war ich dann mit ihm zusammen. Und es hat mir natürlich immer auch ganz viel Freude gemacht, weil das irgendwie für mich so der perfekte Ausgleich ist. Und jetzt hat es sich ein bisschen verwandelt oder verändert. Jetzt, seitdem meine Firma auch so groß und so erfolgreich geworden ist, haben Christian und ich uns dann natürlich dazu auch entschieden, dass ich jetzt mich gerade in erster Linie auf Jacks Beauty Line fokussieren möchte. Und Christian ist dann aus seinem Job raus und hat sich selbstständig gemacht, um auch einfach mehr für die Familie da sein zu können. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich immer sage, Augen auf bei der Partnerwahl. Also da muss der Mann oder der Partner wirklich ja auch schon bereit sein zu, wenn man halt als Frau so seinen Weg gehen möchte. Und wenn man halt sagt, ich möchte auch als Mama weiterarbeiten, was mir zum Beispiel immer wahnsinnig wichtig war. Wir haben ja gestern erst über den Equal Pay Day gesprochen. Wie wichtig es ist, dass wir eben nicht so lange raus sind oder selbst wenn wir lange raus sind, dass es dann zumindest eine Vereinbarung zwischen dem Partner und einem gibt, das dann zum Beispiel halt für die Rente beiseite gelegt wird. Und dass man halt einfach eben nicht in dieses Gender-Pay-Gap-Ding kommt. Genauso wenig wie in die Rentenlücke. Ja, ich glaube, das ist halt einfach nochmal ganz wichtig, dass man da auch so wirklich drauf achtet und nicht nur, ach, was ist denn jetzt irgendwie gerade am bequemsten, sondern auch, wie wird es mir denn gehen, wenn ich älter bin. Und ich muss sagen, für mich war es halt einfach total, ja, eine krasse Entscheidung schon jetzt zu sagen, okay, wir bekommen nochmal ein zweites Kind. Es war auch lange gar nicht so geplant. Und dann haben wir uns aber, war das irgendwann plötzlich so ein ganz, ganz großer Wunsch von uns. Und natürlich fing es schon mit dem Wunsch an. Wir müssen uns dann aber natürlich auch ganz anders ausstellen. Wir müssen uns ganz anders organisieren. Zu dem Zeitpunkt war ja Jacks Beauty Line auch schon relativ erfolgreich. Also das war ja in einer Phase schon, wo wir, genau, wo wir halt dann auch schon bewusst gesagt haben, okay, dann muss aber auch Christian nochmal viel, viel mehr mithelfen. Wir brauchen immer ein Au-pair-Mädchen oder irgendwie eine Tagesmutter. Und ich glaube, das ist auch mein großer Tipp an alle, die irgendwie ein Kind bekommen möchten und trotzdem weiter Karriere machen möchten. Denkt einfach darüber nach, was gibt es für einen Support im Umfeld. Und auch immer auf den Support zurückzugreifen und sich nicht zu schade zu sein und zu sagen, boah, ich muss das jetzt hier aber alles schaffen, denn ich bin so tough. Und meine Mama hat das auch schon früher mal alles geschafft. Also ich kann euch ganz klar sagen, ohne den Support von meinem Mann und von den ehemaligen Au-pair-Mädchen, wir hatten sieben Stück und jetzt eben auch unserer Tagesmutter, wäre das für mich einfach wirklich nicht schaffbar. Und ich bin auch wirklich abends teilweise richtig kroggy und richtig fertig. Und dann ist es schon für mich auch echt eine krasse Herausforderung zu sagen, so und jetzt noch wird mit den Kindern gespielt und ins Bett gebracht und so weiter. Also ich bin dann wirklich auch abends richtig, richtig fertig und liege dann irgendwie um neun im Bett. Und wenn wir dann noch was gucken wollen, dann ist es richtig hart für mich und richtig schwer, wach zu bleiben. Aber ich habe mir das ja so für mich gewählt. Und ich bereue es nicht in einer Sekunde. Und ich liebe meine Kinder abgöttisch. Und ich bin einfach so dankbar, jeden Tag auch dieses Privileg haben zu dürfen. Chefin zu sein von so vielen tollen Frauen, eine Company aufzubauen, mein Ding zu machen, Kinder haben zu dürfen und so weiter. Und ich glaube, was ich euch auch nochmal gerne mitgeben möchte, weil das ist nämlich auch eine Frage, also ganz, ganz viele Fragen kamen so, wie kamst du zu diesem Mindset? Wie hast du das geschafft, deine Glaubenssätze zu bearbeiten und so weiter? Und ich hatte schon immer, also wirklich seitdem ich 13 bin, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, mache ich ja Vision Boards. Also wirklich, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie soll es aussehen? Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, was das für eine Mega Power hat. Also wenn man sich immer auf das fokussiert, was man sich wünscht im Leben und nicht irgendwie ständig im Mangel ist und sagt so, aber ich habe ja nichts und ich kann nichts oder ich verdiene zu wenig, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, ich habe mich für das Leben entschieden. Ich habe das hervorgerufen, was ich hier gerade mache in meinem Leben. Das sind auch meine Gedanken, das sind meine Wünsche gewesen und immer aus jedem Moment das Beste zu machen. Und als ich nämlich damals immer wieder an den Punkt kam, dass ich gemerkt habe, boah, Wahnsinn, ich bin so ausgelaugt, ich bin so fertig, ich bin irgendwie gar nicht, ich komme gar nicht da an, wo ich hin möchte, habe ich ja angefangen, mich coachen zu lassen und habe rausgefunden, dass ganz, ganz viele meiner Glaubenssätze mich davon abgehalten haben, dahin zu kommen, wirklich so eine Leichtigkeit zu haben, diese finanzielle Freiheit, so wirklich so das, was auf diesen Vision Boards drauf war, letztendlich dann auch hundertprozentig zu erreichen. Weil das Vision Board ist eine Sache, aber wenn man natürlich ständig sich Sachen sagt wie, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe auf dem Vision Board die Vorstellung von dem Haus und mit Garten und ich möchte mindestens, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat verdienen oder sonst irgendwas, das kann ja alles drauf sein. Aber dann wiederum einen Glaubenssatz hat, der einen immer wieder sagt, ach, Geld ist total nervig, Geld raubt mir den letzten Nerv. Und dann ist es natürlich, dann kollidiert das natürlich komplett. Dann arbeiten diese zwei Dinge komplett gegeneinander. Und die aufzulösen, das ist wirklich ganz wichtig, also daran zu arbeiten. Und ich bin so dankbar, dass ich halt eben damals diesen Coach gefunden habe, mit dem ich das dann geschafft habe aufzulösen, weil ich wusste das ja auch alles gar nicht. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Frauen. Also auch wenn ich jetzt so Abende mache, wie für JacksBeautyline, mich mit Kunden treffe, wir machen Kundenevents oder ich gehe auch teilweise mit Freundinnen aus und wir sprechen darüber, wie sie in ihrem Leben quasi immer wieder an den gleichen Punkt kommen, immer wieder diese gleiche Stelle, wo man so sagt, boah Gott, da war ich jetzt schon hundertmal und ich verstehe nicht wieso und es raubt mir den letzten Nerv. Dann bin ich da an diesem Punkt, wo ich dann echt sage, okay, da müsst ihr an was arbeiten. Da ist etwas, was gesehen werden will und das kann aufgelöst werden. Man kann sich verändern. Also da habe ich, muss ich wirklich sagen, so viel Proof of Concept, wenn wir uns persönlich treffen und kennenlernen würden, dann würdet ihr das von mir erfahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich sich zu verändern, Dinge zu lernen. Man kann so viel lernen. Man kann sich selber so viele Dinge beibringen. Man muss es halt nur wollen. Und das ist etwas, da kam auch eine Frage zu rein, woher hast du deinen Ehrgeiz oder wie schaffst du es immer, wenn man so deine Story hört und dir geht es ja auch oft mental nicht gut, wie schaffst du es immer wieder dran zu bleiben, also immer weiter zu machen. Und ja, da muss ich einerseits sagen, ich glaube, wir sind konzipiert, also wir kommen schon als eine Art Mensch auf die Welt. Da bin ich mittlerweile fest von überzeugt, habe ich auch oft mit meinem Mann Christian darüber diskutiert, wie viel Einfluss unsere Umwelt auf uns nimmt und wie viel Genetik ist. Und ich glaube schon natürlich, ich bin schon als ein sehr ehrgeiziger Mensch geboren und mit sehr viel Mut und sehr viel Tatendrang. Aber ich habe ja auch viele Themen gehabt, die ich früher nicht mochte an mir. Also es kamen auch so zum Beispiel so Fragen rein, wie so, du scheinst immer, irgendwie du scheinst immer so das Richtige zu machen und machst du auch manchmal Fehler oder sagst auch mal was Falsches, was du dann hinterher bereust. Und ja, natürlich, immer wieder. Und ich sage oft Dinge, wo ich denke, oh Gott, warum hast du das denn jetzt gesagt? Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass ich das zum Beispiel früher an mir gar nicht mochte, weil ich habe so viele Flüchtigkeitsfehler gemacht. Ich habe so viel aus so Impulsen heraus gesagt und was ich hinterher zutiefst bereut habe und hatte auch schwierige Beziehungen mit Menschen. Und das war eine Sache, die ich an mir überhaupt gar nicht mochte. Null. Das fand ich ganz, ganz schrecklich und habe auch immer wieder gesagt, oh Gott, ich wünsche dich wie anders. Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass das etwas ist, wo ich echt schon auch sehr, sehr, sehr stark an mir gearbeitet habe und auch immer noch arbeite und auch wirklich einfach sagen kann, man kann sich ändern. Und das hat ganz, ganz, ganz viel eben auch mit diesen Glaubenssätzen zu tun und Werten und Visionen von einem selbst, wie man sein möchte. Und genau, und da glaube ich aber auch, dass man auf jeden Fall, teilweise auch auf jeden Fall Hilfe braucht dazu. Ich schaue noch mal durch, was es hier noch so alles gibt. Genau, die Frage von Nadja. Mich würde es interessieren, wie du es geschafft hast, dein Mindset zu stärken und zu ändern. Also ich kann euch wirklich sagen, das hört bei mir auch niemals auf, dass ich immer an mir arbeite. Immer. Und das wird auch nie aufhören, weil das finde ich so toll und es macht mir so Spaß und es gibt noch so unendlich viele Dinge, die ich gerne an mir tunen möchte, würde ich mal sagen. Weil so dieses Verändern, das hört sich immer so an, als wäre ich nicht gut, so wie ich bin. Das ist auch eine Sache, die ich mittlerweile gelernt habe, mich irgendwie auch für Dinge zu akzeptieren, wie ich bin. Und ich glaube auch, dieses ganze Vor-der-Kamera-Sein, in dieser Instagram-Welt zu sein, das hat mich so abgehärtet und es hat so krass viel mit mir gemacht. Also auch dieses Jeden Montag, wenn ich live bin. Also ich bin ja erst mal sehr, sehr gerne live. Ich sitze sehr gerne vor der Kamera. Ich spreche auch sehr gerne vor der Kamera. Aber das war nicht immer so. Und ich konnte auch früher nicht so gut vor der Kamera sprechen, weil ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe, wie ich wirke, wie ich bin, was ich für Gesten mache, wie meine Hände dabei aussehen, wie mein Gesicht dabei aussieht. Ich habe so viel an mir immer so geguckt. So Gott, und dann die Nasolabialfalte, die ist jetzt so schlimm und die Zornesfalte oder also wirklich absurde Sachen, auf die ich immer geachtet habe. Und durch dieses Live-Gehen am Montagmorgen um 8.30 Uhr, wer noch nicht dabei ist, kann gerne mal reinschalten, da setze ich mich ja quasi, wirklich komme aus der Dusche, teilweise echt noch aus dem Bett oder ich habe gerade die Kinder in die Kita gebracht oder so, setze ich mich da vor diese Kamera, so wie ich bin und plaudere einfach aus dem Nähkästchen und zeige mich, wie ich mich schminke. Und das hat so viel mit mir gemacht. Also das hat so dazu geführt, dass ich mich total viel mehr und viel besser kennengelernt habe und auch mich mehr lieben gelernt habe, könnte ich so sagen, ja. Und das ist auch eine Sache, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bin ja jetzt 40 geworden im November und das ist etwas, auch gerade wenn ich hier mit im Glowcast oder allgemein auch mit jüngeren Menschen spreche, denke ich ganz häufig, ich bin so dankbar, dass ich schon 40 bin und ich freue mich wirklich über jedes Jahr, was ich älter werde, weil ich finde, ich werde ja immer toller, immer besser, immer schöner auch, ja. Also das ist halt etwas, wo ich auch immer allen Frauen so gerne da draußen so mitgeben möchte, denkt doch nicht, dass ihr im Alter schlechter werdet, sondern denkt doch bitte so wie ich, ihr werdet immer cooler, ihr werdet immer besser. Also man wird ja auch immer weiser und man lässt so viel ab. Also ich kann euch sagen, ich habe früher so viele Komplexe gehabt, so, so unfassbar viele Komplexe. Das war Wahnsinn, wirklich. Ich habe also an meinem ganzen Körper nur rumgenörgelt, in meinem Gesicht und alles. Zu große Nase, zu breite Oberschenkel, zu kleine Brüste, zu große Brüste, zu viel Zellulite und so weiter. Also ich habe nur solche Sachen gesehen. Und ich weiß nicht, ob das halt auch nur was mit dem Alter zu tun hat, aber das glaube ich gar nicht mal, weil die meisten Frauen jammern ja immer mehr, je älter sie werden, über sich und was alles schlimm wird am Körper. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich total dankbar bin, dass ich so viel mehr mich lieben lerne und dass ich auch immer mehr sage, ja, ich finde mich voll cool, dass ich jetzt 40 bin. und ich mag irgendwie mich mehr und ich kann mich immer mehr dafür, ja, akzeptieren, wie ich bin. Genau. Und das kann ich euch oder hoffe ich, dass ich euch das so ein bisschen als kleine Inspiration mitgeben kann, auch einfach mal darüber nachzudenken, warum habe ich das eigentlich so, dass ich so ständig an mir rumnörgle und irgendwie alles doof finde und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, du kannst alles an dir ändern, du kannst alles verändern und du musst nicht auf andere achten. Ich höre zum Beispiel gerade G-Spot von Stefanie Gesinger und habe diese wunderbare Folge mit Sophie Passmann gehört und ich habe bei jedem Satz, was sie gesagt hat, gedacht, ja, ja, das ist so ein guter Denkansatz, dass jeder kann es so machen, wie er möchte. Wenn du dein Fett absaugen lassen möchtest, wenn du dir die Lippen aufspritzen lassen möchtest, dann mach das, dann achte nicht darauf, was andere machen, sondern mach das. Ich finde halt nur, dass jeder für sich entscheiden darf, egal ob das bei der Erziehung mit den Kindern, in der Ehe, im Beruflichen, egal was es ist, dass jeder für sich selber entscheiden sollte. Nur wenn es natürlich sich nicht gut anfühlt, dann lieber, bevor man was machen lässt oder bevor man sich irgendwie so verändert, lieber da nochmal in sich zu gehen und zu sagen, was ist das denn überhaupt? Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von JacksBeautyLine erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei JacksBeautyLine 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. So, jetzt gucke ich nochmal gerade durch, weil ich habe jetzt schon ganz, ganz viele Fragen krummuliert hier zusammen beantwortet. Ganz, also wirklich noch einige Fragen, die kamen bestimmt fünf, sechs Mal, wurde gefragt, wie ziehst du dich aus deinen Tiefs heraus? Oder was machst du, wenn du so richtig down bist? Und ja, es gibt echt schon bei mir auch so echt so Zeiten, wo es mir nicht gut geht, wo ich auch echt immer wieder denke, oh Gott, wir haben ja bei uns in der Familie leider sehr stark auch mit Depressionen zu tun und zu kämpfen. Und ich bin irgendwie mein ganzes Leben lang schon irgendwie so umzingelt mit Depressionen, habe mich da auch in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel mit beschäftigen müssen, leider. Und ich glaube, was ich schaffe, ist mir immer selber zu helfen. Also ich habe für mich ganz klar gelernt, ich habe eigentlich alles in mir, was es braucht. Ich brauche eigentlich keine anderen Menschen. natürlich ist das leichter gesagt als getan und das ist auch etwas, was ich immer noch mir auch wieder immer tagtäglich versuche, noch mehr beizubringen und noch mehr zu sagen. Aber wir alle haben alles in uns, was es braucht. Man muss es halt nur lernen und erkennen können. Und genau. Und an solchen Tagen, wenn es mir so schlecht geht, versuche ich in erster Linie zu akzeptieren. Also zu akzeptieren, dass es so ist. Und da war ich früher ganz anders. Da habe ich immer gekämpft und habe immer gesagt, es darf jetzt nicht so sein und es kann mir nicht schlecht gehen und ich muss jetzt Härte zeigen. Und ich habe einfach auch für mich die Sprache des Körpers sehr stark gelernt zu verstehen. Und mittlerweile weiß ich ganz genau, was mein Körper mir eigentlich sagen will. Und das zu erkennen und zu verstehen, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wertvoll, weil man sich dann halt nicht mehr so viel stresst. Also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich gehe ja unfassbar selten zum Arzt. Also eigentlich gehe ich nur zum Arzt für einen großen Blutcheckup, zum Beispiel, den ich jetzt auch gerade wieder gemacht habe, was ich wahnsinnig wichtig finde. Um einfach rauszufinden, wie sind meine ganzen Werte, ist alles okay. Aber ich kann mir sehr, also sehr, sehr, sehr viele Dinge, finde ich, kann ich mir so selber schon beantworten, warum ich Dinge habe. Und natürlich lässt man sich immer gerne helfen. Natürlich gehe ich gerne ins Außen und sage, ja, ich gehe zur Physiotherapie und ich mache das und so weiter. Aber wenn der Druck im Leben einfach sehr, sehr, sehr groß wird und man ständig verspannte Schultern hat oder ständig, ja, so Spannungskopfschmerzen im Kopf oder sowas, das ist bei mir mittlerweile so ein Moment, wo ich dann mich auch echt hinsetze und sage, ja, eigentlich weiß ich genau, warum ich das habe. Ich weiß genau, warum mir es gerade wieder so dreckig geht. Und weil ich es mal wieder irgendwie total übertreibe und weil ich gesehen werden will und weil das innere Kind und die kleine Miri in mir einfach irgendwie da gerade wieder total rebelliert. Und es ist total schwer, dann auch manchmal darauf einzugehen und zu sagen so, ja, ich weiß, ich weiß und ich verändere jetzt alles und so weiter. Es geht natürlich auch oft nicht, so von heute auf morgen. Aber dieses selbstbestimmte Leben, was sich mir aufgebaut hat und ich glaube, das ist mir auch so wahnsinnig wichtig an meiner Selbstständigkeit, weil auch das kam als Frage, warum hast du dich selbstständig gemacht? Warum ist dir das so wichtig, so eine eigene Company zu führen? Ich glaube, erst mal ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, als Role Model zu fungieren. Also jetzt auch gerade in diesen Tagen von Gender Pay Gap, Weltfrauentag und so weiter. Also ich muss halt wirklich sagen, dass ich als Frau immer als Vorbild fungieren wollte, dass ich immer gesagt habe, ich bin so dankbar dafür, dass ich so mutig bin und so viele Dinge einfach mache. Also, dass ich einfach Dinge so durchziehe und sage, ja, ich schaffe das schon. Ich kriege das schon hin. Ich bringe mir das selber bei oder keine Ahnung, einfach immer mein Ding gemacht habe, dass ich das immer sehr, sehr gerne anderen Frauen mitgeben möchte, weil ich mich tatsächlich als Frau noch niemals benachteiligt gefühlt habe. Dass ich einfach oft denke, ja, manche Sachen sind schon echt unfair, dass wir als Frauen die Kinder gewähren müssen und dass wir unsere Tage haben und die Männer nicht. Aber ich habe mich noch niemals in meinem Leben wirklich benachteiligt gefühlt. Und da habe ich so viel darüber nachgedacht, auch weil ich ja auch immer wieder als Speakerin zu Events eingeladen werde, wo es genauso um diese Thematik, Vereinbarkeit und so weiter geht. Und ich habe halt einfach schon immer ganz klar gesagt, so, ich möchte weiterarbeiten. Mein Mann muss halt genauso viel mitmachen und mitziehen. Ich möchte mein eigenes Konto haben. Ich möchte irgendwie eigenes Geld verdienen. Ich möchte das und das. Und das war einfach für mich schon immer so klar, dass ich jetzt in diesem Falle auch gesagt habe, boah, ich würde so gerne auch anderen Frauen zeigen, dass man so sein Ding machen kann und dass man das alles aufbauen kann und dass man das halt sehr selbstbestimmt machen kann. Und das ist mir einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und deswegen auch vielleicht diese Selbst, ja, diese Selbstständigkeit, um selbstbestimmt zu sein, um Vorbild zu sein, um mein eigenes Ding zu machen, um zum Beispiel selber zu entscheiden. Mir geht es heute nicht gut. Ich habe meine Tage. Ich mache heute mal einen Loan, was eher selten vorkommt, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich hätte die Wahl. Also ich kann. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ich halt so mein eigenes, ja, Traumleben quasi kreiere und immer noch dabei bin, Dinge zu verändern, aber immer wieder merke, so, es liegt alles an mir. Ich kann alles selber entscheiden. Und ich schaue noch mal ganz kurz durch, aber ich glaube, das sind doch schon ganz schöne abschließende Worte für diese Folge. Also es kamen auch tatsächlich noch Fragen rein zu deine Gedanken über Geld und so, aber ich glaube, das habt ihr ja jetzt hier vielleicht auch schon mit rausgehört, ja, dass auch das für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist. Also Geld, Money Mindset, habe ich schon mal in einer Folge auch ganz klar erzählt. Das war die Folge mit Margarete Honisch. Wir machen jetzt auch demnächst wieder nochmal eine ganz tolle Folge zum Thema Finanzen noch wirklich für die alle, die noch nicht angefangen haben zu sparen und die noch wirklich immer sagen, so Gott, ich habe nichts zu tun mit Finanzen, für die haben wir nochmal eine Folge aufgenommen. Also ich werde wirklich nicht müde darüber zu sprechen, weil ich tatsächlich früher ein horrorschlimmes Money Mindset hatte und deswegen aber auch immer im Mangel war und nie dieses selbstbestimmte, tolle Leben aufbauen konnte, weil ich immer nur gedacht habe, oh Gott, Geld ist so scheiße und Geld ist so nervig und so weiter. Sprich, auch hier habe ich die Glaubenssätze aufgelöst, habe mein Money Mindset verändert und ja, Geld kommt in mein Leben, weil ich es zulasse und da, wie gesagt, habt ihr viel zu gefragt und ich glaube, alle Frauen, also speziell Frauen, alle Menschen da draußen, aber speziell Frauen, die so eine Thematik mit Geld haben, ja, also die wirklich auch so von sich sagen, so Geld, oh Gott und Finanzen, nee, das macht alles mein Partner, furchtbar will ich nichts mehr zu tun haben. Also ihr Lieben, da kann ich euch wirklich nur raten, schaut euch wirklich mal die Seite von Fortunalista an oder finanziell mit Daniela und Astrid und so weiter, also dieses Money Mindset, ja, das müsst ihr wirklich ganz dringend verändern, wenn das so ist. Ach ja, ihr Lieben, also hier sind also noch so viele Fragen, ich glaube, ich könnte jetzt hier noch zwei Stunden weiterreden, ich würde mal das so festhalten, ihr könnt mich weiter, ihr könnt mir sehr gerne weitere Fragen unter diesem Video, zum Beispiel auf Instagram fragen oder ihr schreibt mir nochmal eine E-Mail, wenn ihr jetzt wirklich sagt, oh Gott, ich will da jetzt unbedingt noch was zu wissen, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an info.glowcast.de gerne oder ihr könnt mir natürlich auch schreiben über meinen Instagram-Account miriam-jax ist der. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig doll, dass ihr jetzt auch hierbei gewesen seid, dass ihr so fleißige Hörer seid. Wir haben die Folge auf YouTube, da könnt ihr auch die Glocke aktivieren, ihr könnt auch in eurem Podcast-Portal die Glocke aktivieren, wenn ihr das noch nicht wüsst, dann werdet ihr immer informiert über eine neue Folge. Jetzt geht es auf jeden Fall immer wieder donnerstags weiter. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche.